Ja, willkommen zurück zum fünften Teil von meinem Let's Day Video von Reunion. Hier werde ich jetzt erstmal meinen alten Stand laden und mich orientieren, wo ich als letztes war. Ja genau, ich habe die Jägerwaffe bekommen, weil ich ein paar Raumschiffe bauen sollte, weil diese Alien-Rasse darum gebeten hat, dass ich nochmal ein bisschen Waffen bauen soll, weil die angegriffen werden. Äh, Laser-Waffen baue ich auch noch ein paar, weil wenn die damit ausgerüstet sind, dann machen die natürlich mehr Schaden, sind viel besser. Jetzt muss ich mich mal drum kümmern, einen Kommandanten zu kriegen. Einer, der kämpft, ja. Gut, dass ich das Geld vorher nicht für irgendeine Kolonie ausgegeben habe, da werde ich nämlich jetzt extrem leiden. So, in der Zeit werde ich jetzt noch ein bisschen Rohstoffe, äh, auf meinen Planeten transportieren. Äh, die Handelsschiffe nehme ich mal mit, genau. So, jetzt werde ich halt mal, ähm, schauen. Ich muss gerade überlegen, also normalerweise, wenn ich angegriffen werde, dann bekomme ich die Nachrichten. Also werde ich erst dann diese, äh, Kriegerflotte da produzieren. So, wir schauen, was ich hier habe. Energon, alles rein damit. Da hat man jetzt auch schon an den Transfer ganz kurz gesehen, dass es schon ziemlich hoch ist, was ich transferieren kann. Muss ich kurz mal schauen, wie hoch das überhaupt ist. Nachricht. Übertragung. Ja, 23.500, das ist schon einiges. Äh, ich werde jetzt, äh, nur diese drei Ressourcen mitnehmen, ähm, weil Energon wird bisher wichtig für Kriegsproduktion, Reanenium und, wie heißt das, Texon, Texon, genau. Texon wird, äh, auf meinen Hammerplaneten nicht produziert, deswegen nehme ich die auch bevorzugt mit. Und, bin mal gespannt, wann die Alienrasse ausgelöscht wird. Oder auch nicht. So. Steuerung. Schicht bewegen. Herausgewinnen. Planet. So ist, nee, da war kein Name. So ist. Planet. Herausgewinnen. Ich müsste echt mal schauen, ob ich noch irgendeinen Planeten, äh, entdeckte. Nachricht. Ich habe die zwar schon mal alle durchsucht, aber. Ich bin mir echt unsicher, ob ich wirklich alle Planeten gefunden habe. Steuerung. Schicht bewegen. Nachricht. Das ist meine Kolonie, meine erste. Ja, da wird schon einiges produziert. Reaninium scheint hier echt am meisten produziert zu werden. Nehmen wir mal alles mit. Steuerung. Schicht bewegen. Nachricht. Gleich mal hier den Transport wieder erledigen. Übertragung. Steuerung. Übertragung. Äh, genau. Die Mine wollte ich ja mitnehmen. Plattversorgung vergessen. Ah, nehmen wir mal hier mit. Steuerung. Schicht bewegen. Herausgewinnen. Planet. Plateau. Da war ich schon. Herausgewinnen. Am Nest T1 wollte ich nochmal nachschauen, ob dadurch nicht doch noch ein Planet ist. Nachricht. Schicht bewegen. Ich überlege gerade, ob ich da überhaupt die Satelliten hingeschickt habe. Schicht bewegen. Jetzt ist mein Gedächtnis irgendwie wieder besser. Jetzt sehen die ganzen Schulaufgaben. Schicht bewegen. Endlich erledigt. Jetzt kann ich ein bisschen zocken, nerden, was auch immer. Nachricht. Jetzt muss ich doch mal schauen mit meinen Satelliten. Steuerung. Ob ich nicht, äh... Gruppe. Ja, ob ich da nicht doch irgendwo vergessen habe, Satelliten hinzuschicken. Nachricht. Oh. Jetzt kam die Nachricht, dass die Alienrasse ausgelöscht wurde. Wie man hier sieht. Ach, schade. Alles futsch. Neue. Da werde ich jetzt mal die neue Gruppe, äh, machen. Das ist jetzt die Fightergruppe, also Armee. Äh... Sch-Shan-Thor-Ra. Ah. Äh, okay. Okay. So, das sind erstmal neun Jäger, äh... Ein paar Laser. Steuerung. Zurück zum Hauptbildschirm. Herstellung. Anwählen. Kann ich nur ein paar Jäger bauen? Kaufen. Gekauft. Wenn ich jetzt... 15 hab ich dann. Äh, machen wir mal 5. So. Okay. Genau. Zurück zum Hauptbildschirm. Ich will nicht ein 20 Jäger, äh... Steuerung. Für den Anfang. Boah, das sieht ja stylisch aus. Wohl der große Mond, der. Herauswählen. Ah, jetzt gehen wir mal nach Jade. Hm. Das ist die Böse Alien 4. Nachricht. Oh, die Morghuls. Wenn er durchsummt jetzt zerstörten Basis, der hier all, findet sie einen Sub-Space-Virus-Center. Okay. Wenn ich jetzt wissen, was ich mit dem mach, äh... Ja, genau. Mit meinen Spionen wollte ich ja mal unterwegs nochmal sein, äh... Schiff bewegen. Wo wollte ich nach... Ich wollte nach Amnesty 1 gehen, genau. Halt, das ist Jade. Äh... Da. Planet. Nachricht. Schiff bewegen. Okay, da war ich schon. Frony Explorer. Nachricht. Schiff bewegen. Oh, ich hab hier wirklich schon, äh... Satelliten draufgeschickt. Nachricht. Schiff bewegen. Ich überleg grad, jetzt wo die Alien-Rasse weg ist. Planet. Zurück zum Hauptbild. Schalt. Gruppe. Steuerung. Ah, die Flotte durch jetzt mal lieber in den Weltraum. Raus, damit sie mich verteidigen kann. Steuerung. Ich werde ja nicht ganz plötzlich hier sterben, das wäre nicht so toll. Halt. Da wollte ich hin. Steuerung. Nachricht. Wie, sie haben nur Tag mir hier... Schiff bewegen. Warum das denn? Nachricht. Satelliten eingeschickt. Schiff bewegen. Ah. Nachricht. Satelliten eingeschickt. Schiff bewegen. Mal schauen, ob da doch noch ein paar Bergbau-Planeten sind. Nachricht. Satelliten eingeschickt. Schiff bewegen. Ah, nein, nein, nein. Freude. Galilei. 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 Schiff bewegen. Ist das nicht so ein Astronomiker gewesen? Ich glaub schon, ne? Nachricht. Satelliten eingeschickt. Schiff bewegen. Satelliten gesetzt. Äh, Mussel? Wyatt, Mussel, Kanin. Kepler, da war ich noch nicht, glaub ich. Nachricht. Ja. Satelliten eingeschickt. Gruppe. Hab ich noch... Ne, ich hab kein Satelliten. Schiff bewegen. Dann werde ich jetzt einfach mal hier auf die Erde zurückpflegen und schauen, was diese Technologie war. Zurück zum Hauptbildschirm. Herstellung. Halt. Zurück zum Hauptbildschirm. Forschung. Subspace. Subspace. Nachricht. Nachricht. Herstellung. So, jetzt schauen wir mal. Aha. Nachricht. Einsteine ist nicht zum Backover. So, das war dieser Sub-Dings da. So, der kommt. Und wird zurück. Zurück zum Hauptbildschirm. Er hat es nicht. Hat sich hier was verändert? Sprechen. 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 Der hat nichts gehört. Informant, haben die Informationen. Na gut, Redi. Äh, die Moguls bringen ihre Truppen. Sprechen. Hm, anderes Sonnensystem. Zurück zum Hauptbildschirm. Interessant. Steuerung. Machen wir mal hier die Gruppe. Gruppe. Noch die anderen Jäger dazu. So. Steuerung. 20 Jäger dürfen reichen. Zurück zum Hauptbildschirm. Zumindest für die erste Invasion. Hm, sichern. Genau. Zurück zum Haupt-Nachricht. Brüssel ist zum Bergbau. Na, da werde ich gleich mal hinfliegen. Ressourcen sind Ressourcen und Ressourcen sind Ruhegeierungen. Und so weiter. Kurz bewegen. Vorausgewinnen. Soll ich meine Ministerin? Brüssel. Antrim. War das jetzt Brüssel oder der andere? Oh, werde ich gleich sehen. Ah, das war doch der andere. Brüssel. Überlegen, Käppner. Nachricht. Ah. Schiff bewegen. Äh. Nachricht. Keppler ist bereits im Bergbau. Nachricht. Schiff bewegen. Geht's doch der Keppler auch. Wo bist du denn? Keppler. Keppler da. Nachricht. Gruppe. Wieso heißt das? Steuerung. Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Ähm. Zurück zum Hauptbildschirm. Herstellung. Einwählen. Ähm. Der Post. Kaufen. Okay. Zurück zum Hauptbildschirm. Okay. Jetzt passiert, jetzt kapiere ich gerade gar nichts. Das hieß doch gerade die, äh, jetzt muss ich nochmal schauen. Nachrichten. Oh, komm. Nützliche Planeten. Bergbau bereit. Planet, ja, der Mond, Galilei. Zurück zum Hauptbildschirm. Also der Mond Galilei ist bereit für, äh, Bergbau. Das werden wir gleich ausnutzen. Schiff bewegen. Galilee, Galilee. Galilee, Galilee. Nachricht. Ah. Station ins Schiff bewegen. So. Herauszummen. New Earth, da bist du. Nachricht. Zurück zum Hauptbildschirm. Nachricht. Ihre Forscher denken, dass gekaufte Objekte ein Hyperantrieb ist. Forschung. Design beginnen. Oh, Mathe 5 und Physik 5. Ah, da muss ich den nochmal auf Schulung schicken. Mathe. Ich guck mal. Wie viel kostet denn der beste Kommandant? Oh, 205 Euro. Zurück zum Hauptbildschirm. Das geht ja gar nicht, ey. Äh, Mathe und... Nein, wir wollen es halt ein bisschen billiger. Nachricht. Immer noch zu teuer. Ach, ich bezahle es jetzt einfach. Was soll's. Nachricht. Sprechen. Mathe und Physik, 49.000. Ja, bezahle ich. Nachricht. Nachricht. Äh, verhungern drüber in Volk. Das ist schlecht. Äh, eine Farbe. Nachricht. Ja, der Wald ist ein geeigneter Ort zum Leben. Nachricht. Oh, das ist ja für die Kondensationsplaneten, ey. Äh. Sternenkarte. Äh, da habe ich ein Planeten. Apolo. Apolo, Apolo, Apolo. Zurück zum Hauptbild. Sternenkarte. Planet. Apolo. Planeteninformation. Neutrale Männer. Genau. Oberfläche. Nachricht. Zurück zum Hauptbildschirm. Nachrichten. Ach so. Zurück zum Hauptbildschirm. Äh, nix wichtiges. Fremde Planeten. Nützliche Planeten. Leben möglich. Zurück zum Hauptbildschirm. Nachricht. So, jetzt müsste eigentlich dieser Überantrieb bald fertig sein. Einseln. Zurück zum Hauptbildschirm. Forschung. Fis- Oh. Jetzt ist das auch sie. Holen. Zurück zum Hauptbildschirm. Lang der Überantrieb. Ah. Zeitraffer, Zeitraffer. Nachricht. Oh. Vorsicht. Eskette. Das sicher ich jetzt mal auf einen anderen Stand, weil das Problem ist, wenn ich angegriffen werde, könnte ich jetzt sterben. Turmbom 1. Zurück zum Hauptbild. Vielleicht schaffe ich es noch. Ja. Fighting. Komm. Kelzzy. 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 Yeah. Gebasht. Yeah. Herstellung. Anwählen. Zurück zum Hauptbildschirm. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Kolonie machen. So. Genau. Speichern. Sichern. So. Dieses Video ist jetzt vorbei. Das nächste kommt gleich.